Musik 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 Jetzt bin ich hier im Laufgeschäft Big Bam Pool Sieht auf jeden Fall richtig schick aus Bin ich auch schon einmal durch Hallo 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 Ich nehme das Plus Also man bekommt hier noch so eine schöne Kette Und dann kann man sich hier mit dem Plus rüber ziehen Und man bekommt sogar Unterstützung Und geschafft Oh Oh Haben wir hier so schöne Fässer Im Wasser Alles mit viel Wasser aber heute ist es schön warm Wie ist es schön Ah Haben wir hier hier die Fontänen und jetzt kommt der schwierige Teil das Seil nach oben schön fies schön gemacht dann hier oben muss man aufpassen nicht dass man wie Mario seine Blumenkette verliert Mario Boyen hier ist ein Beispiel ja, ist ganz schön windig auch cool mit dem Gras hier dass man hier frei über den Boden läuft so, dann haben wir hier noch Seile und Boyen dann gehen wir wieder nach unten dann haben wir hier seine Brücke hier mit toller Beleuchtung und so ein Drehteller ganz viele verschiedene Hintern hab ich ja gar nicht gesehen hier ist so ein Schiebeboden oh Welcome to Paradise so, dann hier drauf rachten hier ist nämlich Kalkglasboden da gehts direkt ins Wasser so 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 hier ist so auch richtig schön thematisiert hier ist alles und auf rollen hui oh die rollen gut dann machen wir mal solche Bambusstäbe und mal solche Bambusstäbe so hier haben wir das Schiff das ist auch ziemlich geil wie es sich für ein Schiff gehört es schaukelt hin und her so und jetzt zack und ahhh ja hier kann man auch schon mal nass werden so sehr schön ganz tolles Lauftische das war und Big Bamboo Tschüss